Pokalfinale 2023 zwischen der SSC Tübingen und dem SV Kroatia, hier aus dem Schönbuchstadium in Plitzhausen, an meiner Seite heute vom Vorstand von Kroatia, Franjo Lovic, Franjo, Servus. Hey, guten Tag. Danke dir erstmal, dass du es sehr geschafft hast. Da kommt der Benjamin, deine Ablöse sozusagen. Meine Ablöse, genau, genau, richtig. Benni, Servus. Alles klar. Hi, grüß dich. Benni, Servus, hi. Grüß dich, hi. Hallo, Herr Langner. Servus, hi. So, du hast den dezenten Vorpflicht verpasst, ist aber gar nicht so schlimm, aber du es gut ersetzt in der Zeit. Davon gehe ich aus, ja. Ja, absolut. So, jetzt geht's los. Partie fängt an. Kommt ja zum Spiel, Daniel, was meinst du? Ja, ich sag ja, wir halten den Ball definitiv nicht lang genug in den eigenen Reihen, zwingen den SSC auf. Boah, das ist ein starker Ball, Antikarik. Oh, okay, okay, okay. Ja, der ist drin. So, da sind wir. Da sind wir, Wahnsinn. Und gerade beschwere ich mich über mangelnde Torchancen. Freunde, das ist dann leider die Antwort auf die 89%. Die Fallen, ruhiger Spielaufbau. Paske. Und da ist er. SC Tübingen, ah, jetzt nochmal guter Ball. Pascolo, kann er sich auf den rechten legen. Und Galic. Ja. Ey, er ist so gefährlich. Jetzt sind wir jetzt nicht mehr toll da, Zweikampf. Jetzt wird noch ein bisschen gezaubert. Ball in die Schnittstelle. Warst du faul? Klingelt, ne? 2-0. Ja, der geht knapp drüber, sag ich ehrlich. Sag Mario, mach den. Er schießt ihn nicht. Stark gehalten von Hornberger. Das Ding, ja. Wieder guter Ball. Das ist gar nicht drüber zu Sammy. Jetzt, die mehr. Macht das allein. Ne, er bringt ihn nochmal. Und 2-0. 2-9. Das ist stark, Männer. Da ist das Ding. Butterweiche Flanke per Kopf. Und es war zur Abwechslung nicht Ante Galic. Mario mit viel Zeit. Koko zurück auf Mario. Und das ist leichtsinnig. Und Koko ist da. Riesending für SSC. Die muss man bestrafen. Abschluss. Der war gar nicht so schlecht. Fehlen. Man hätte ja auch den Akzent längst wiedererkannt. Onkel Luca klärt auf. Danke, an der Stelle. Ne, der kann heute nicht. Und Riesending für SSC. Das habe ich nicht aufgepasst. Ja. Und das ist ein toller Ball. Jakob 1 gegen 1. Mit der Chance. Linke Klebe. Stark von Hornberger. Ja, doch. War zu einem bereiteten Wechsel vor, wenn ich es richtig sehe. Tobi Slauch-Meglinski, oder? Nummer 12. Ich sehe es leider von hier aus nicht. Wieder die Möglichkeit SSC. Bayo. Katsaras. Abgefälscht. Und. Starke Aktion. Eckball zeigt der Schiedsrichter an. Koko muss dran gewesen sein. Jetzt geht er ins 1 gegen 1. Bock stark. Macht das super. 1, 2, 1 vorbei. Und jetzt. Ja, den Grund. Da ist es der. Wahnsinn. Tolle 1-Aktion von Kevin Nicolacci. Und ja, da ist das Trikot weg. Oh, toller Ball. Aber da ist er. Ganz entscheidend. Hat der Djarkovic, ne? Ne, oder? Was hat er jetzt gepfiffen? Rückpass. Rückpass? Das war kein Rückpass, oder? In meinen Namen auch nicht. Ist eine Klärungsaktion. Schiedsrichter Kevin Schmidt sieht das aber anders. Absolut unkontrollierter Ball. Und Kokocelli auch gar nicht begeistert. Kann ich nachvollziehen an der Stelle. Absolut unkontrollierter Ball, oder? Das ist ja kein Rückpass. Ja, Kokocelli. Ist das Ding drin? Elf Meter. Und es ist schwer zu erkennen. Und jetzt ist, aber jetzt ist was los, ja? Dubalo mit Bayo. Es soll ein Handspiel gewesen sein von einem Kroatia-Spieler. Und jetzt gibt es den Platzverweis für. Ach, der eingewechselte Tomisar Meklinski hat es getroffen. Und die Anspannung ist hier überall zu spüren. Auf geht's, Koko. Auf geht's, Koko. Auf geht's, Koko. Gegen die Kokocelli. Er macht es cool. Er macht es cool. Starken Schuss. Und jetzt haben wir nochmal eine andere Endphase, Benni. Und da ist es. Das Spiel ist aus. Bezirkspokalsieger 2023. Der SV Kroatia Reutlingen. Und jetzt halten wir direkt drauf. Genau, Mori. Genießen die Bilder. Es ist verdient. Ich glaube, da sind wir uns einig. Da hat Kroatia einfach entscheidend, entscheidend mehr getan. SSC. Gutes Finale trotzdem abgeliefert. Sie hätten für mich gerne noch etwas mutiger sein dürfen. Kroatia ruhig noch ein bisschen mehr fort. Und vor allem im ersten Durchgang hat man da den Kroaten vielleicht doch ein bisschen zu viel Raum gelassen. Und da sind sie einfach stark. Da haben sie die Qualität und das haben sie bestraft. Bis zum nächsten Mal.